Was ist für einen Tag? Ich muss den Text machen. Was ist für einen Tag? Nein, was muss ich sagen? Was ist für einen Tag? Zählen euch! Sehst du das? Zählen euch! Zählen euch! Zählen euch! Zählen euch! 100 Kilo auf der Maschine! 80 für die Skillversion! Let's go! That's it! 15,50! Mit der einen Tag, 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 Tag! Segen wir! In two! Fifty! Devils! Gut! Auf der Leiderwand! Der erste Bluch zwei! Der eine! Wenn ihr zwei Dumpen habt, könnt ihr auch! Singles mache ich und ich gehe! Steck! Schneide es hier unten! Allright! 25! Synchro downhounds! 1,2,20 Jetzt kommen wir wieder auf die Maschine für jedes Mal 100 Calories Let's go 100 Das Mal, nicht Devil's Press sondern Devil's Cluster Dann haben wir dann wieder direkt in die Fruster Position und wir werden jedes Mal wieder runter So Sorry Wir müssen auch keine gute Erfahrungen machen Wir werden hier dann brauchen wir noch dass wir in der Wand Soll doch 10, 25, simple downhubs 25 Back onto die Maschine 100 Voilà, 100 Dumbbells Snasters Können dappen Dumbbell snatch Dann gehen wir in die Fruster Und da Exactly So die leidens werden immer heftig Okay Back Back Wie gesagt, snag das hier Vorher hat die Scale-Wise Und jetzt 25 Sekunden dann ab Back onto die Maschine 15 Let's go Et voilà 100 Der Komplex Tebel's Clean Tebel's squat clean Tebel's clean At 6-4 Okay Over Then hang clean Quat clean Then prone squat Und jetzt der Raster Das war One Komplex Number 2 For the other arm One Come in the hang squat clean To front squat Into thruster Trader 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 25 Sekunden 25 Sekunden Down up No rep And 25 To Enjoy Saniger videos Pictures Of the workout Nothing else Nothing you do at night When nobody should be watching Peace out Peace out